und wer halt beides hat wie gesagt dann leider pech auf eure seiten okay ich bin safe bin bei lila versucht ein bisschen damage zu optimieren zack alle tot bei der ersten ja also bitte trotzdem auf den scheiß achten wir müssen gleich dodgen auf ausgünft brusi bei lila ach scheiße man das wir müssen gleich spreadet sein und die ob kommt redet sein und ob wenn die ability rum ist sammeln wir uns gleich kommt die vier ist vernünftig auch mal am eingang was hängt rein dann ist das ausgaben niemanden damit wissen der griff ist richtig sprachsinnig mann dann sammeln wir uns wieder auf der flanke hier bei violett so wir müssen stack sein go sammelt euch hier auf der seite kurze wege für alle doch nach links raus hier doch wir müssen wenn gleich dort ist deutschen wir nach rechts bei violett der rechts rechts nach links also welke ist die stimme in der anderen gruppe ja genau bei rot satras aufpassen valkyrie aufpassen da auf euch auf bitte niemanden verlieren renka ring jetzt gleich eine fläche ab glaubt dass ihr da weit genug weg seid spielt die abilities noch zu ende wir haben neue verteilung ich komm mal bei den farben wir spielen die zu ende bleibt hier noch nicht switchen hä hier kommt doch noch gar nix ich drehe den boss bei rot dann kann man zwischen oder doch die ability ist nicht gekommen dann haben wir jetzt es kommt gleich ja dann go hinter grün sammeln in tank rein ja müssen aber auch raus bei mir runter passt ähm seht hast du ank nein äh rest mal bitte zulu das sollte auf beiden dingern gut sein und wir achtungssnauf sammeln 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 hier hinter grün move 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 ihr könnt jetzt rechts rum move move go weiter 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 move 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 immer weiter bis die scheiße weg ist achtung die sphäre hinkt gleich und dodgen und dodgen bitte nur nur feuer dodgen und dann oft und dann noch die und dann die und dann die stehen wir in zwei jetzt in in dem Fangen an den Mob hier vorne wieder zu drehen, Vorsicht So, dodgen, dodgen Go, move, 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 fix sein, fix sein, bitte nicht hitten lassen Move Alter, das ist ja richtig dumm Ja, das tötet eigentlich niemanden, ne? Achtung, die Sphäre schlägt gleich ein Du kannst nach innen ziehen ein bisschen, wir müssen gleich dodgen Also, okay, jetzt denkt an den Dodge und die Viers kommen Kommt mal bitte hier auf die Seite bei Blau Ich bin da Kommt mal auf die Seite bei Blau bitte alle Feuer haben Und Bitte wer noch nicht hat, Second Pot und so ein Gedöns Wir brauchen mehr Damage auf Faruk Nur so ein bisschen Faruk, Bruder, was ist auf dem Bazar? Ja, egal wie der heißt Ja, egal wie der heißt Hört auf die Seite So, Stack und Spread Na, scheiß Combo jetzt Diejenigen raus mit dem So, einfach, einfach links, 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 dauerhaft Moven, dauerhaft Moven Boah, diese Scheiße, Mann Wir haben noch mehrere Versuch das durchzuspielen Ja, äh Boah, schade Ich hoffe, dass das zu Ende gespielt ist Äh, hebt nen Es hebt Satras auf Ne, wir haben keinen mehr Ah, okay Da ist Anken, ich hab das Gefühl, es könnte Wasted sein Weiß noch nicht Macht mal weiter, es passiert ja jetzt eigentlich gerade nichts mehr Auf Schatuk jetzt ein bisschen mehr Er löst ja auch Viola Hier kommt gleich Seid da ready Und alle, alle Cooldowns, die wir haben, ne Kommt rein, kommt zusammen, der ist aber noch Schatuk mehr Hört auf, auf Faruk Damage zu machen, bitte Nicht auf dem Fire Mob mehr Ja, macht nichts mehr Jo, 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 jo Wutzig auf den Anderen Ranges Dodge dann, ab Song Und finish hin, komm Jetzt beide finishern, go Richtig, richtig gut Mach den fertig Jetzt 15ld konnt. 13 Ja,��y froh, wo ist mein Mond Mei, ich hab das verkopft gefragt Musik